Freundschaften. Was ist wichtig? Auf welche Dinge sollte man achten? Was sind meine fünf Regeln für gute Freunde? Herzlich willkommen. Es ist Tag 17 von diesen 90 Tage Gameplan. Wir haben diese Woche einiges an Business, Marketing, individuelle Produktivität. Wir haben über Teams gesprochen und heute geht es ein bisschen um ein persönliches Thema. Es geht, wie gesagt, um Freundschaften, um Freunde und welche Dinge sind hier einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Bevor wir das machen, eines ganz wichtig. Wir haben bei uns in der App eigene Marketing, E-Mail, Ticker und Toggles aktiviert. Schau dir die auf jeden Fall in der App sonst an, damit du ja von der Firma, wir launchen nämlich einiges an coolen Gewinnspielen jetzt in diesen 90 Tagen. Wir starten hier einige coole Dinge für dich als Promotions und Aktivierungen. Solltest du auf jeden Fall schauen, dass es bei dir aktiviert ist, damit du auch diese Benachrichtigungen bekommst. Gerade mit den Customized Bundles, mit den neuen Coins und all diesen Dingen, die all dir jetzt einfach raus sind, ist das ganz besonders wichtig. Mit dem starten wir in das Video rein. Freundschaften. Ganz ehrlich, wenn ich bei mir auf die letzten acht Monate schaue, ohne richtig gute Freunde, ohne meine Partnerin, wären all diese Dinge einfach überhaupt am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr möglich gewesen, weil ich wahrscheinlich irgendwann aufgegeben hätte. Du brauchst diese Leute, die mit dir auf einen Walking Talk gehen, die einfach dir deine Probleme sich einfach mal anhören, die nicht irgendwie versuchen, dir Vorschläge zu machen oder Tipps zu geben mit irgendwie einem Hintergedanken, sondern Leute, die einfach für dich, nur für dich das Beste wollen. Und das ist einfach eines der wertvollsten Dinge und ich sage dir auch eines, wir haben diese Episode ja auch gehabt zum Glücklichsein, wie wichtig diese Freundschaften und tiefgründigen Beziehungen halt einfach auch sind. Und wenn ich bei mir einfach an Freunde so ein bisschen denke, dann gibt es bei mir Freunde, die ich seit Jahren habe, die ich einfach schon sehr, sehr, sehr lange habe und ich glaube, das haben wir alle vielleicht auf der Schulzeit noch, wo man sich vielleicht einfach mal wieder trifft und sagt, wow, krass, man sieht sich vielleicht einmal alle sechs Monate oder einmal pro Jahr, aber es ist als wie damals noch von ganz früher. Dann Leute, die man vielleicht über den Sportclub kennt oder vielleicht natürlich aus der Arbeit kennt und Freundschaften, die sich dann halt einfach entwickeln und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich bei mir nicht nur Freundschaften, sondern auch natürlich mit der Beziehung zu meiner Frau ein bisschen überlege, für mich stechen da so fünf Dinge raus, die für mich einfach unglaublich wichtig sind und ich habe das versucht, ein bisschen zu reflektieren, was sind so die Gemeinsamkeiten in diesen Beziehungen. Das sind Leute, die kommen aus unterschiedlichen Hintergründen. Manche sind sehr, sehr wohlhabend, manche sind nicht so wohlhabend, manche sind sehr sportlich, manche weniger, manche sind älter als ich, manche sind jünger als ich, manche haben Kinder, manche haben keine Kinder. Also am Ende kann man natürlich das aber schon ein bisschen runterbrechen, was für mich wichtig ist. Und wie gesagt, für mich sind es vor allem fünf Dinge. Als allererstes, es geht um Integrität. Und Integrität ist immer sehr schwer, glaube ich, oft für Leute so ein bisschen zu erklären, was bedeutet Integrität. Und wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht in ein Wörterbuch reingehen, sondern ich überlege jetzt einfach, was heißt das für mich? Für mich heißt das, wenn ich perfektes Wissen hätte, dass diese Person oder die andere Person so agiert, wie ich das auch tun würde oder wie das sozusagen in unserem gemeinsamen Interesse ist. Und das ist etwas, das ist ganz wichtig, weil es kann zum Beispiel heißen, dass diese Person mich vielleicht im Guten mal anlügt, um einfach für mich in dem Moment einfach das Richtige rauszuholen. Und das kann auch, also wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, du gibst der Person deinen Private Key zu deinen Coins, dann wäre es sozusagen das Gleiche, dass die Person vielleicht sogar hergeht, die Coins verschiebt. Aber nicht, weil sie die Coins von dir wegnehmen will, sondern weil sie die Coins vielleicht nochmal zusätzlich schützen will. Und das sind einfach Konzepte, wo für mich Integrität einfach extrem wichtig ist. Integrität heißt nicht immer, dass jemand zu 100% ehrlich ist oder dich komplett anliegt, sondern das heißt, dass die Person das dann macht, was für dich tatsächlich das Beste eigentlich ist. Und genau das ist das, was du, wenn du das perfekte Wissen hättest, auch für dich willst. Und wir haben das anlegt, zum Beispiel, ich denke an die letzten acht Monate, ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meiner Freundin, mit einer Frau und echt, also ich wollte eigentlich zuerst Freund sein, mit einem Freund und dann habe ich mit meiner Frau über das auch gesprochen, unfassbar schwierige Diskussion hatte, oder? Und zwar zu einem wirklich zu einer Entscheidung, die einfach ganz, ganz, ganz schwer ist. Und das war dann krass, wie meine Frau dann damals zu mir gesagt hat, mach das. Und zwei Wochen später hat sie dann zu mir gesagt, ey, ich bin mir nicht ganz sicher, also ob ich das damals wirklich so das Richtige gesagt habe. Für mich war das einfach das, was ich glaube, dass du damals hast machen müssen, auch wenn es unfassbar schwierig ist. Und das war für mich so beeindruckend, oder, zu sehen, dass sie da einfach zu mir hergegangen ist. Und interessant, auch ein guter Freund von mir, genau das Gleiche gesagt. Und das waren einfach die Sachen, wo du danach denkst, wow, die Menschen haben wirklich das beste Interesse für dich irgendwie so da. Und das ist, glaube ich, so unglaublich wichtig. Und da kommt es einfach für mich um Integrität. Der nächste ganz, ganz, ganz wichtige Punkt ist, dass das Leute sind, die diesen Growth Mindset haben. Growth Mindset bedeutet, dass die Leute einfach eine gewisse Energie haben, eine gewisse Richtung haben. Das ist oft anders als bei uns in der Arbeit. Bei uns in der Arbeit zum Beispiel brauche ich nicht immer Leute mit einem Growth Mindset. Ich brauche da gewisse Erfahrungsstufen oder gewisse Levels. Aber bei Freunden ist es oft viel wichtiger, in welche Richtung die Leute gehen. Dass die halt diese Energie haben, dass die das mitnehmen. Und es ist teilweise echt deutlich wichtiger, als um jetzt herzugehen und zu sagen, ja, keine Ahnung, die Person ist schon so reich oder habt keine Ahnung, so viele Kinder oder diese Erfahrung. Und das ist für mich etwas ganz, ganz, ganz wichtig. Und das spürt man auch, oder? Du bist mit Leuten herum und dann merkst du, okay, die haben vielleicht noch nicht den Background. Die kommen von woanders. Aber die haben diese brutale Dynamik drinnen. Und das sind ja am Ende auch Menschen, um die du wirklich herum sein willst. Also sind auch sehr, sehr energetische Menschen. Das ist am Ende ja sehr, sehr konstruktiv. Der nächste ganz wichtige Punkt ist dieses sogenannte Candor. Dieses, das haben wir schon mal besprochen, geht darum, dass die Leute mit dir, dass du offen mit denen redest, dass sie einerseits Brutfeedback aufnehmen, aber dass sie eben dir auch dieses wichtige Feedback geben. Hat natürlich viel auch mit Integrität zu tun, aber es geht ja auch um diesen Austausch. Wenn wir ganz, ganz, ganz ehrlich sind, gute Freunde oder dein Partner, Ehefrau und so weiter, sind alles Leute, wo du eigentlich tiefgründige Beziehungen haben willst. Und das entsteht nur durch Gespräche, durch Erlebnisse. Und das sind alles Sachen, die natürlich auf diesem Austausch basieren. Das ist für mich etwas, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Punkt Nummer vier ist dieses Geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Ich sage dir eines, das ist nicht nur bei Beziehungen so, also zur Ehefrau, sondern das ist auch, wenn du mit Freunden bist. Wir alle wollen irgendwie nicht, dass wir ein Buch führen müssen, oder? Sondern du willst eigentlich die andere Person einladen. Aber du willst die andere Person einladen, nicht wo du jetzt hergehst und sagst, so, jetzt habe ich 25 Euro ausgegeben. Sondern, dass du eigentlich weißt, hey, das kommt sowieso zurück. Und das Gleiche bei, ich helfe der anderen Person, ich verbringe jetzt Zeit. Oder wenn man telefoniert oder redet, dass nicht nur eine Person redet und die andere hört nur zu. Sondern am Ende ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Aber der Punkt ist, in guten Freundschaften und natürlich auch in Beziehungen. Wenn du nur gibst, ohne irgendwie zu erwarten, dann funktioniert das nur, solange die andere Person sich ausnützt. Wenn die andere Person es ausnützt, sitzt du irgendwann da und sagst du, hey, sorry, irgendwann Schlussstrich, ich will nicht mehr. Und das war bei mir auch immer so, wenn ich irgendwie merke bei Freundschaften, hey, sorry, irgendwann fange ich dann selber an, mal kurz zu rechnen. Oder irgendwie nachzudenken, hey, ist das nicht irgendwie sehr einseitig? Dann muss ich das ansprechen. Weil ganz ehrlich, dann weiß ich, sonst geht die Freundschaft relativ schnell zu Buche. Und der letzte Punkt ist für mich halt einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger. Und zwar, dass man einfach so sein kann, wie man will. Und dass man auch die andere Person so akzeptiert, wie die Person ist. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Punkte, wie man das relativ schnell herausfindet. Wenn ich zum Beispiel an meine Beziehung mit Bettina denke, da war das, dass wir sehr, sehr früh gleich gemeinsam gereist sind. Wenn du gemeinsam reist, auf engem Raum bist, unter Stresssituationen bist, dann geht das natürlich relativ schnell, dass solche Sachen getestet werden. Aber das ist auch in Gesprächen. Du willst nicht immer politisch korrekt sein. Du wirst nicht immer überlegen müssen, darf ich das sagen? Darf ich das nicht sagen? Darf ich so sein? Darf ich nicht so sein? Aber genauso auch andersrum. Dass du bei der anderen Person Meinungen oder Charaktereigenschaften akzeptierst, wie sie sind am Ende. Wir wollen einfach so akzeptiert sein, wie wir am liebsten sind. Und das macht am Ende richtig, richtig gute Freundschaften aus. Wenn du es alles für dich ein bisschen so reflektierst, und vielleicht kommen noch ein paar andere Punkte dazu, kannst du mich ja sonst gerne wissen lassen in den Kommentaren, ob du irgendwie findest, dass ich was vergessen habe an den wichtigen Punkten. Werde ich sicher haben, aber das sind für mich so Gemeinsamkeiten, dann wirst du gleich merken, dass du wahrscheinlich nicht so richtig viele, richtig gute Freunde hast. Vielleicht hast du eine Handvoll. Dann hast du eh schon relativ viele, meistens zwei, drei richtig gute Freunde. Und das reicht auch in fast so ziemlich allen Fällen. Und das da, also wie gesagt, es geht nicht darum, dass du tausende Beziehungen hast, sondern, ich meine, schau dir die Superstars an, die irgendwie Millionen an Fans haben, aber am Ende keine tiefgründigen, guten Beziehungen, keine guten Freundschaften. Und am Ende geht es wirklich um das. Und das bricht es am Ende wirklich runter. Das sind so ein bisschen meine Gedanken zu richtig guten Freunden. Wie gesagt, heute am Abend geht es für mich nach Europa. Ich treffe jetzt am Wochenende einige von euch am IC-Trip. Danach habe ich das Ganze, die ganze Buchtour zur Werbformel. Schau dir das auch auf jeden Fall auf Amazon an, launch alles nächste Woche. Und da freue ich mich auch dann schon. Wird eine ziemlich produktive Woche. Ich schaue, dass ich jede Woche, jeden Tag ein Video rausbringe, dass wir hier in dieser ganzen Tagesserie oder in dieser 90-Tagesserie alles regelmäßig ausbringen. Mit dem Leute, falls du nichts verpassen willst, Kanal abonnieren, lass mir ein bisschen deine Meinung wissen, gib mir einen Daumen hoch, falls es dir gefällt und dann sehen wir uns morgen. Liebe Grüße, euer Julian. Tschüss.